In alter Let's Play Manier beginne ich ein Let's Play in der Nacht und wieder aus der Küche. Hallo! Ja schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt. Denn ihr wisst was wir heute machen. Wer aufgepasst hat, kriegt 43,5 Gummipunkte. Richtig, wir bauen Isolator, Synthesizer, Purifier und Inoculator für unsere Bienen. Ja, was macht denn unsere Kiste? Das ist diese hier, die wird jetzt fleißig gefüllt parallel von zwei von zwei Queries, denn wir haben uns ja letztes Mal zwei Queries gebaut. So und eventuell packt das diese Kiste nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kann doch bestimmt diesen, dieses Ding hier kann ich doch woanders hinsetzen, oder? Ich meine, das brauchen wir ja jetzt erst mal gerade nicht. Ich setze das mal hier hin. Corrupted Essence. So, das bleibt hier. Denn ich mache jetzt einfach hier noch einen Import Bus dran und hoffe einfach, dass das dann in der doppelten Geschwindigkeit funktioniert. Also nicht denken, ich kann wieder nicht schreiben. Das ist meine blöde Taste B. Die klemmt und manchmal schreibt sie doppelt. So, aber wir haben glaube ich keinen Import Bus mehr. Richtig, dann werden wir uns den bauen. Dafür brauchen wir, ach ja, brauchen wir wieder das ganze Zeug. Oh Mann. Ah, Sticky Pisten. Okay, ähm. Ok. Bobo, wie haben wir das denn hier drüben gemacht? Ach ne, da haben wir ja die Enderkiste. Richtig. Ach, warte mal. Ja, gut. Und hier, ja, es hilft nix. Wir brauchen irgendwie diese blöden Pollen. Ja, Scrapbox mit einer Chance von 1,17% nutzt mir auch nicht viel. Im Crystalizer, ne, das bringt mir auch nix. Ja, Muku's Comp haben wir auch keine. So ein Ärger. Ach, das bremst mich wieder total aus. Blöde Sache. Blöde Sache. Ja gut, dann eben nicht. So, dann fangen wir aber dann einfach mal an und, ähm, machen uns, äh, besagte Geräte. Also wir fangen einfach mit dem Isolator an. Da konnten wir beim letzten Mal gar nicht weitermachen. Isolator. Denn wir hatten ja kein Redstone. So. Äh, richtig. Und dafür hatten wir das damals ja schon aufgebaut. So. Und nein, wir brauchten dafür Advanced Genetic Machine. Dafür brauchen wir eine Genetic Machine. Dafür brauchen wir eine Apiarist Machine. Dafür brauchen wir ein Sturdy Casing. Das haben wir. Und Redstone. So. So. Das hatten wir nämlich nicht mehr. Genau. Da waren wir stehen geblieben. Damals. Und jetzt haben wir ja fast Unmengen an Redstone. Sehr schön. Also eine Apiarist Machine haben wir hier. Dann brauchen wir. Dann brauchen wir einen, oh, ein Basic Circuit Board brauchen wir. Im Carpenter, Zinn und Redstone. Äh, Zinn und Redstone. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Dann gehen wir mal Richtung Carpenter runter. Und, ähm, oh, warte mal, wo haben wir denn den Carpenter stehen? Ach, der steht da drüben bei den Bienen. Ja, richtig. Dann gehen wir mal zu den Bienchen. Und, wo hatten wir den blöden Carpenter stehen? Das ist doch der hier, ne? Genau. Ah, guck mal, hier haben wir sogar noch so ein Basic Circuit Board. So, und wieso hast du denn überhaupt gar keinen Strom? Du gibst doch Strom aus. Und normalerweise sollte doch hier... Ach, du hast kein Wasser. Okay, ja, daran liegt's. Okay. Frage hat sich geklärt. So, wie sieht das eigentlich hier aus? Du bist ja bestimmt fertig. Du hast nichts mehr. Ähm, haben wir mittlerweile hier ein bisschen was drin? Immer noch nicht. Das verteilt sich immer noch in den Leitungen. Aber, na gut. Dann ist das halt so. Ähm, Basic Circuit Board. Okay. Da brauche ich bestimmt später noch ganz viele wieder von. Tja. Ach, und jetzt sind wir hier wieder diese ganzen Pflanzen. Ihr sollt mir das nicht verunstalten, bitte. Ich möchte meinen Garten gerne aufgeräumt haben. Hier drüben auch. Ja, und immer wenn ich an dieser Hennequen-Farm hallo vorbeifliege, denke ich mir, wie blöd, dass ich das noch nicht gemacht habe. Aber steht halt auch auf der Liste. Gut. Machen wir mal weiter. Ähm, mein Circuit Board haben wir hier. Dann brauchen wir Gold und einen Diamanten. Gold. So, und einen Diamanten haben wir bestimmt nicht. Nein, haben wir nicht. Wie blöd. Dann nehmen wir uns einfach mal wieder ein bisschen Kohle. Ach, ne, weißt du was? Das machen wir nicht. Wir machen das mit Juju-Messer. Da haben wir doch auch viel von. Komm hier, ist egal. Wie viel machen wir uns denn, ähm, bis das hier verbraucht ist. So, sieben Stück. Okay. Dafür haben wir ja schließlich das Juju-Matter. Na, dann müssen wir da nämlich nicht immer, ähm, andere Sachen für nehmen. Und ich werde von euch nicht immer angeschrien, dass ich das doch bitte nehmen soll. So, und wir sehen, wir können das gar nicht nehmen, denn das kommt bestimmt. Ähm, erst später. Genau. Wir brauchen Lapislazuli und Eisen. Ach, na gut. Lapislazuli und Eisen. Das haben wir hier. So. Ach, da haben wir sogar noch ein bisschen Eisen. So, und Lapislazuli. Gut. Und wir haben eine Genetik-Maschine. Diese Genetik-Maschine, die brauchen wir jetzt mit Gold. mit einem Diamanten und mit etwas, was ich noch nicht habe. Und zwar mit einem Enhased Circuit Board. Dafür brauche ich Bronze und Redstone. Und da müssen wir mal gucken. Bronze haben wir hier. Und dann brauchen wir bestimmt wieder Wasser. Ähm, wir nehmen uns einfach mal einmal mit. Perfekt. Äh. Fällt mir gerade ein, was ich mir auch noch mal machen wollte, ist, ich wollte ja auch noch den Wassertank von Railcraft bauen. Ähm, aber da brauchte ich bestimmt auch wieder irgendwie irgendein Zeug für, was ich wieder nicht habe. so, okay. eins nach dem anderen. Seht ihr, den müssen wir auch noch auf die Liste schreiben, den Wassertank. Ich hoffe, ihr schreibt mit. Irgendwann frage ich euch, was ja noch auf der Liste steht und dann könnt ihr sagen, hey, Reduce, ich weiß es. Äh, so, komm, du mal weg hier. Und dann brauchen wir dich. und dich und Wasser brauchen wir. Guck mal, einer hat sogar gereicht. Gut. Ähm, was ich hier auch noch machen wollte, ich wollte mir ja, habe ich ja gesagt, diesen Wassertank bauen und den dann hier direkt auch automatisch dann daran anschließen, dass wir hier mal was haben. Äh, ja, so. Ach, wisst ihr was? Warte mal, wie ging das so, ne? Ja, komm, dann nehmen wir uns hier nochmal von einem mit. Man weiß ja nie, wofür wir den nochmal gebrauchen können. Und dann flitzen wir wieder zurück. Ach, wäre ja gelacht, wenn wir hier nicht irgendwann mal, äh, fertig werden. Aber, warte mal, da fällt mir gerade ein, ich könnte ja ganz parallel nochmal an was anderem arbeiten. Dann nehmen wir nämlich mal die Tür mit. Dann nehmen wir eine Druckplatte mit. Und wir nehmen, ähm, Glas mit. so, das legen wir stattdessen aber mal zurück. Okay, wie sieht's denn mit der Kiste aus? Na gut, ihr schafft das schon. Also, wir brauchen dann den. Und dann haben wir die Advanced Genetic Machine. Und dann sind wir auch schon durch mit der Sache. Dann nehmen wir das mit und haben die Advanced Genetic Machine. Und dann kommen wir zum Isolator. So, dann haben wir den. Dann setzen wir den auch mal. und hier kommt jetzt das rein, was ich mir noch mitgenommen habe, nämlich eine Tür. Hier kommen noch die Fenster rein. Und von innen kommt die Druckplatte dahin. So. Ja, cool, ne? Und dann brauchen wir nur noch das Dach irgendwann und dann haben wir auch das fertig. Wird immer schöner. So, liebe, lieber Isolator, du kommst dann mal hier hin und du brauchst ähm, ganz viel Energie. Genau. So, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass du das da unten gebacken kriegst. Aber müsstest du ja eigentlich, ne? Warte mal gucken. Ach, guck mal, ist überhaupt gar kein Problem für dich. Überhaupt gar kein Problem. Spitze. So, aber wir können hier nämlich dann weitermachen. So, dann haben wir den Isolator. Dieser Isolator, der, ähm, versorgt uns ja dann mit dem, mit dem, mit dem, ähm, ja, äh, gehen, was wir haben wollen. Also, Nocturnal oder Rain oder sowas. ja, so, dann brauchen wir den Synthesizer als nächstes. Dann bauen wir uns den Synthesizer. So. Dann flitzen wir mal rein. Was auch super wäre, ich glaube, das mache ich mir mal drauf, ist dieser Mod Double Door. Ähm, denn das ist ja ehrlich eine Katastrophe, dass immer diese blöde Tür offen bleibt. Ähm, was habe ich jetzt gesagt, wollte ich machen? Achso, den Synthesizer, genau. Den Synthesizer. So, dafür brauchen wir Redstone und Glas und Soul Sand und so. Ach, dann machen wir uns das. Ah, Moment. Komm, wir packen das hier rein. Also, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie man das baut. So. Ähm, warte mal, wie baue ich denn noch mal diesen blöden Tank? Ach, okay, alles klar. So, und schon wieder kein Glas. Dann nehmen wir das mit. So, dann haben wir Glas und, ähm, da kommen Redstone hin und dann brauchen wir wieder diese Advanced Genetic Machine und Soul Sand. Soul Sand haben wir hier. Perfekt. Gut, dann, ähm, bauen wir uns das noch mal. Also, wir brauchen das wahrscheinlich auch noch für die anderen Maschinen. Also, insgesamt bauen wir uns das dreimal. Bauen wir uns ein Sturdy Casing aus Bronze und Bronze haben wir nicht mehr wirklich viel. Also, machen wir uns das aus Kupfer und Zinn, war das doch oder nicht? Äh, Zinn und Kupfer, genau. Zinn und Kupfer. Eins, zwei, drei. So, dann haben wir auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge Bronze. Ich hätte das doch im, äh, Automatic Crafting Table, ähm, ne, in der, in der, äh, im Project Table hätte ich das machen sollen. Dann hätte ich jetzt hier nicht wie blöd klicken müssen. Gut, also, drei brauchen wir nur, ne? Drei, drei, so. Ähm, ach ja, wir wollten ja hier, so, Sturdy Casing haben wir und da kommt Kupfer und Redstone hin. So, wenn wir jetzt noch wieder Kupfer hätten. Kupfer. So, eins, zwei, drei. Dann haben wir die AP Aris Machine. Dann brauchen wir, ähm, Iron und Lapis Lazuli. Dann nehmen wir das mal und das hier. Ja, so, und dann brauchen wir, ähm, wieder diese Basic Circuit Boards, Zinn und Redstone. Redstone haben wir und Zinn nehmen wir auch mit. So, dann brauchten wir aber noch diese anderen Prozessoren und da brauchen wir Bronze und Redstone. Wir nehmen noch einfach mal mehr Redstone mit. Und wieder ein bisschen Wasser. Ähm, so. Und da müssen wir nämlich nicht immer hin und her laufen. Dann haben wir das irgendwann auch. So. Zwei, drei, vier. Oh, der Eimer ist leer. Warum bist du leer? Gut, jetzt bist du wieder voll. Ja, dann fix zurück. Behalten wir uns so ein bisschen. Und das Dach müssen wir auch irgendwann fertig machen. Ja, ich weiß, ich erwähne das sehr oft. Nein, nicht du, du. Aber du und du und du und du kommst da mal hin. zwei, drei und du. Ähm, Moment, das genügt. Jetzt brauchen wir, äh, Kupfer war das, ne? Und Redstone. Nein, dann war das Bronze. Ja, genau, das brauchen wir. Eins, drei, vier, äh, Wasser, ja, so, dann machst du mir da jetzt auch mal so ein paar Stück von, also drei. So. Und ja, ich glaube, ich werde das irgendwann mal vorziehen, mein, äh, Applied Energistics System da zu vervollständigen. Das nervt ja, wenn man hier die ganzen Sachen selber herstellen muss, dann lieber einmal so ein Pattern einpflegen und der macht halt alles von alleine. So, aber dafür brauchen wir dann auch noch eine ganze Menge Material. Okay, so, wir haben jetzt erstmal alles, was wir brauchen, hier zumindest von. Und dann können wir die Blume wegnehmen und wieder nach drinnen gehen. Und die Blume kommt zurück, genau wie, ne, das lassen wir mal. Also. Dann kommst du, eins, zwei, drei Mal, eins, zwei, drei, Genetik Machines. Und dann brauchen wir wieder Gold und diese. Gold. Und Diamanten brauchen wir. Ach komm, wir legen das zurück, alles weg, fertig, aus. Diamanten. Wir haben uns ja ein paar gemacht. Und dann haben wir wieder, ähm, unsere Advanced Genetik Machines. So, dann haben wir also den Synthesizer. Das ist super. Als nächstes bauen wir uns dann den Purifier. Purifier, da, das ist der. Dann brauchen wir also Redstone und Tanks. Ähm, Redstone. Hier. Ihr müsst mich unbedingt daran erinnern, dass ich, ähm, mein ganzes Redstone so sinnlos in der Welt verteile. Und Glas. So ein halber Stack sollte ganz genau genügen. Eins, zwei, drei, vier haben wir nämlich. Braucht ich vier oder brauchte ich nur drei? Ne, vier, ne? Ja, richtig. So, und das ist ja nix. Ghast Tier. Ghast Tier. Haben wir nicht? Ah, oh no. So ein Ärger. Mist, Mist, Mist. Na gut, dann werden wir den Purifier, ähm, ähm, mal hinten anschieben und dann bauen wir uns erstmal den Inoculator und gucken, ob wir dafür alles haben. Inoculator. Dafür brauchen wir. Ist klar. Ist klar. Haben wir auch nicht. Wir müssen mal in den Neta. So, Empty Serum Vial brauchen wir. Und Royal Jelly brauchen wir. Ja, seid ihr denn doof? Ach. Na toll. Ähm, Gold und Royal Jelly. Tja. Tja, ja. Aber das haben wir natürlich noch nicht. Das haben wir nicht. Tja, schade. Dann können wir uns die bei nicht machen. Ja, und die Magma Cream ist klar. Ähm, wir brauchen auch Slime Balls. Ja, dann, wisst ihr was? Gehen wir doch einfach mal entweder auf die Suche nach Slime Balls oder nach hier, nach diesen, ähm, Guests. Ja, das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt ein bisschen in den Neta. Ja, warum habe ich denn? Ach ja, genau. Der Synthesizer. Klar, den können wir ja schon mal. Den können wir ja schon mal nehmen. So, und hier schon mal dahin setzen. So, Synthesizer läuft. Der braucht Liquid DNA. Das haben wir. Genau so. Der Synthesizer, der versorgt dann diese Dinge und macht dann da, ähm, ich glaube, 16 Aufladungen draus. Genau, und in Purifier können wir das dann alles verfeinern, dass wir das auf beste Qualität kriegen und in diesem Inoculator pflanzen wir das dann in die Biene ein. Ne? So in etwa der Plan. So, Splicer. Ja, perfekt. So, warte mal. Für diesen Splicer brauchen wir doch hier diese, ähm, diese Pattern-Teile. Weiß ich gar nicht. Ja. So. Warte mal. Ah, okay. Ja gut. Warte, lass uns doch mal eben was testen. Hm. Warte mal. Wir haben doch hier, hier haben wir schon die Noble. Ähm, da haben wir Ancient. So, jetzt muss ich da nochmal eben ganz fix was nachgucken. Und zwar wollen wir uns ja über kurz oder lang, warte mal, Noble haben wir. Und dann, ähm, brauchen wir die andere Linie noch. Die Diligent-Line brauchen wir. Und, ähm, obwohl wir können auch erstmal die Noble-Line fertig machen. Und dafür brauchen wir also Noble und Cultivated. Noble und Cultivated. Noble. Und Cultivated. Komm, lass uns mal gucken hier. Come, 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 come. Äh, nach Species. Genau. Nach Typ. Modest. Okay. Ach nee, wisst ihr was? Wir machen das jetzt anders. Bevor ich mir die da so rumkreuze. Also Cultivated brauchen wir. Und Noble brauchen wir. Und die, daraus machen wir uns jetzt hier einfach mal, ähm, sowas. Also da brauchen wir ein Blank-Template. Ein Blank-Template hier. Dafür brauchen wir Honey und Glass-Pane. Und, ähm, das haben wir. Dann machen wir uns das schon mal. Und, ähm, ja, in der nächsten Folge gehen wir dann in den Nähter. Und hier machen wir uns jetzt gerade das nochmal fertig. Also da haben wir hier ein paar Glas-Panes und dann haben wir Honey. Dieser Honig wird ja glücklicherweise nicht weiterverarbeitet, also noch nicht automatisch weiterverarbeitet. So, dann haben wir zwei Blank-Templates. Ich brauche zwar erstmal jetzt nur einen, aber dann ja auch gleich den zweiten. So, was ich nämlich vorhabe, ist, ich möchte ja dann, upsah, ähm, nee, hier, genau. So, und der fängt dann jetzt also an, so langsam zu arbeiten. Cannot create template for this species. Warum nicht? Weil du nicht, ähm, spezifiziert bist, oder was? Hm. Tja, warum macht er das nicht? Er sollte das aber eigentlich tun. Ich glaube, der kann das nur, wenn, ähm, wenn die Spezies erkannt ist. Also wenn die nicht... Ah ja, halt, wenn sie bekannt sind, ne? So, dann nehmen wir uns doch mal unseren Honig, Honey. Packen wir den rein und meine Cultivated. So, und jetzt muss er es aber eigentlich tun. Und wenn nicht, bin ich sauer. Aber erstmal was essen. So, dann rüber und runter. Vielleicht lasse ich das Dach auch offen, das ist ja ganz praktisch, da so rein zu fliegen. So, mein Lieber. Hier. Cannot create template for this species. Warum nicht? Du bist doch blöd. Ganz doof. Warum machst du das nicht? Äh, Cultivated Drohne. Tja. Irgendwie stehe ich jetzt voll auf dem Schlauch, dass der das nicht tut. No blank template. So, ist drin. Cannot create template for this species. Hm. No bee. Ja, das ist klar. Tja. Ach, das nervt jetzt. Wieso machst du das denn nicht? Was? Wo ist jetzt mein Fehler? Also, ich meine, ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt die Tastatur auf den Kopf hauen, weil ihr denkt, boah, bist du doof. Ist doch wohl ganz klar, aber ich sehe es gerade nicht. Ähm. Keine Ahnung. Tja. Na gut, dann wollen wir doch mal gucken. Also, wenn wir dann unsere Noble Queen haben, dann, komm, wir suchen uns einfach mal so eine Noble Queen. Vielleicht haben wir da ja noch eine von. Ne, haben wir nicht. Modest. Nein, erscheint nicht so. Dann gucken wir mal hier drüben bei den nicht so sauberen. Tja. Tja, tja, tja. Na gut, dann, ähm, wollen wir doch mal gucken, ob wir das nicht anders hinkriegen. Und zwar brauchen wir dann also Cultivated und Common. Cultivated und Common. Queen, 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 ist klar. Cultivated. Haben wir keine Cultivated? Ist ja auch blöd, sondern haben wir also keine Cultivated? Dann nehmen wir uns einfach eine Common. Die dürfen wir noch wohl haben, oder? So, eine Common. Nehmen wir uns. Dann packen wir die mal hier rein. Komm weg. Also eine Common Princess und eine, ähm, eine von den normalsterblichen, äh, was nehmen wir denn? Nehmen wir so eine Rocky-Drohne. Ich weiß gar nicht, ob das damit auch funktioniert. Ähm, ne, warte mal. Schauen wir noch mal. Nehmen wir mal so eine Modest stattdessen. So, gut, dann müssen wir halt so gucken, dass wir die, äh, hier gebacken kriegen. Ah, das ist doch blöd. Wieso macht der, wieso macht der das nicht? Ich hab das, ich versteh das nicht. So, ist dunkel. Ich bin frustriert. Ich leg mich hin. Ja, also, ähm, irgendwie, keine Ahnung, hab ich da jetzt irgendwie voll den Knoten im Gehirn, dass der mir das nicht machen will. Naja, gut, was soll's. Ähm, dann beenden wir jetzt die Folge für heute. Wir warten, bis der hier, ähm, bis, ähm, dann diese Common Queen, ähm, eine Prinzessin rausbringt. Also, eine Cultivated Prinzessin. Und die können wir dann mit einer weiteren Common hochzüchten. Und dann gucken wir einfach mal, ob's denn klappt. Tja. Naja, wir müssen abwarten. Also dann, ähm, die nehmen wir auch schon mal wieder raus. Und die auch. Ja, na gut, also, wir werden, ich leg mal hier alle die rein, die unbekannt sind. Unknown, unknown, unknown. So. Ja, ich werd jetzt in den anderen beiden auch noch ein bisschen züchten. Und guck dann, dass ich da weiterkomme. Und, ja, in der nächsten Folge gehen wir dann in den Neter und besorgen uns ein paar Gas zu tränen. Also dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.